Mit denen hier was? Ach ne, das hab ich ja gerade erst versucht. Ah, bin ich wirklich... Du gehst da weg. Du gehst da hin. Dann fehlt mir hier die Ecke. Die Möglichkeit hatten wir schon. Ich glaub, das ist das Schieberätsel, wo ich damals am längsten für gebraucht hab. Okay, da oben komm ich gar nicht mehr ran. Also hier liegt das Problem, in diesen vier Teilen. Geh ich da hin. Gletschen wir dich da weg? Nein. Ich muss nochmal kurz aus hier. Kann ich nicht irgendwie am Brechen drücken? Verdammt! Und... Ich hasse es. So, ich habe vor... Dieses Ding... Da komm ich sogar nicht hin. Da komm ich echt sogar nicht hin. Zack, zack, zack. Endlich, ich hab's geschafft. Hier kurze Aufnahmepause. Weiter geht's nach einer kleinen Störung. So, wir haben ein Kraftjuweler erhalten. Vergebliche Liebesmäh, würde ich sagen. Obwohl, ein bisschen Energie. Kraft, Juwels. Perfekt. So, mehr Kraft, das kann man immer gebrauchen. Und hier ist alles zertrummert. Ich hoffe nicht noch ein Endgegner. Ich könnte mir vorstellen, ranma... Hm. Okay. Kämpf mit mir. Und was ist das jetzt? Oh mein Gott, wie gamle ich. Was? Was? Lass mich mit dem kleinen Sidekick von dir. Kranker Otto. Ich habe echt keine Ahnung mehr, was jetzt passiert. Na toll. Henry! Henry! I've got to find Salmonoski. No, it's too dangerous outside. Oh, come on! I'll be fine! Wait, stop, Henry! Ah, ich weiß wieder, wie es weitergeht. Genau. Henry! Henry! Where are you? Please answer me! I know Henry. He's gone inside the church. Und das ist dieses kleine Ding, was ich nicht spoilern wollte. Ja, wir spielen mit... Wackel, wackel, wackel. Ohohoho, Dekolle. Nein, wir spielen mit Michelle. Ja. Es ist geil. Sie hat eine Waffe, sie macht... Mach schon. Ah, so geht das. Sie hat eine Waffe, sie hat eigentlich schon eine andere. Wir nehmen mich... Was? Achso. Ja, ja. Wir nehmen das Farmas. Denn es geht ab ohne Ende. So, dich auch. Ah, und das war... Wie ich da hinkomme. Ich hing ja stundenlang davor. Wie komme ich da hin? Wir können, glaube ich, sogar mit dir Konterangriffe machen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie wirft man Granaten? Äh, so nicht. Verdammt. Ich denke mal mit Limit. Ja. Hier. Aber für die nehmen wir uns jetzt mal die Pumpgun. Denn ich habe keine Ahnung, wie die war. Die halbe automatische Pumpgun. Bums. 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 So, was haben wir hier? Granaten. Ah. Bums. Bums. Zielwechseln. Bums. Bums. Das ist genial. Hallo? Versuch's gar nicht erst. Du hast keine Chance gegen mich. Okay, kann sie Seelen sammeln? Nein, das ist klar. Sie hat keine Uni-Anschuhe. Ah, Seelenarmwand. Jetzt kann sie Seelen sammeln. Genial. Ähm. Wie das mit den Seelen ist? Sie kann nichts killen. Aber später gehen die Seelen auf Jack und Samanoske über. Auf einen von ihnen. Bin mir nicht sicher. So, was haben wir hier? Ach ja, da hinten erstmal Seelen. Okay, sie saugt extrem langsam. Das bin ich gar nicht gewöhnt. So, erstmal einen Schutzspiegel. Wir haben lange nicht mehr gespeichert. Ja, wir haben nicht viel gemacht, aber viel Gelaber und so. Deswegen speichern. Rein hier. So, und hier geht's zurück weiter. Bams. Bams. Ich gehe ganz nah ran. Ganz bewusst. Weil logischerweise müsste sie dann mehr Schaden machen. So, das war eine Sackhass. Aber das da hinten sieht aus, als ob sie jetzt offen ist. Ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass ich jetzt umsonst da hinlaufe. Na, was soll's. Wir haben eine Halbautomatschip abgang und wir hauen alles weg. Ah, ich liebe Pumpen. Bams. Das einzige, was problematisch ist, sind die Minias. Denn sie sind schnell und Michelle ist schwach. Brrrr. Das war knapp. Ah, falscher Knopf. Ich bin gerade wieder mal verwirrt mit der Steuerung. Hm. Ich meine, wir können auch in den Nahkampf mit dir gehen. Ähm. Nein, so nicht. So auch nicht. Nee, dann geht's doch nicht. Auf jeden Fall können wir einen Sturmangriff machen. Wenn wir schnell genug sind. Und das ist das Problem. Bams. Der Finishing hat nicht geklappt. Du gehst auch mal da weg. Ach, das ist einfach nur so unfair. Oh Gott. Wir können ihn nicht aufhalten. Ich meine, wir haben eine Pumpe. Wir haben ihn voll getroffen und konnten ihn nicht aufhalten. Hau ab. Hau ab. Hau ab. So, und hier liegen die mal Gegenstände. Kräuter. Kräuter. Nee, Medizin. Und da lag auch einer, aber der ist verschwunden. Waren wir zu langsam. Und ich graue mich vor diesen rollenden Dingern jetzt hier. Boah, nehmen wir es. Ah, abwehren. Wir müssen definitiv abwehren. So, einmal alles nehmen. Ja, hier ist der Totenkopf. Was für eine Schrift ist das? Was bedeutet das wohl? Ja, weil sie hat ja überhaupt keine Ahnung, was das alles ist. Sie denkt sich bestimmt auch, äh, so bin ich hier. So. Oh. Oh, ich hab keinen Bock auf euch. Haut ab. Die haben wir lang nicht mehr gesehen. Brrrr. Wieso guckst du nach da oben? Ach, weil da so ein Vieh kommt aus dem Nichts raus. So. Erstmal den und dann den. Und dann klauen wir alles. So. Was haben wir hier? Machschon. Bämms. So, ich liebe diesen Finishing Move. Und dahinten ist wieder so ein Ball, der uns alles klaut irgendwo. Bämms. Ach, der war schon tot. Egal, der Ball kommt jetzt ganz recht. Da müssen wir nicht alles sammeln direkt. Bämms. So, aber ich glaub aus Abwechslungsgründen nehmen wir jetzt mal das Standard-Sturmgewehr. Und da war was, da war was, da war was. Brrrr. So, das ganze Magazin drauf. Ach, verdammt, den hab ich nicht gesehen. Auch nicht gehört. So, und man sieht ein Magazin. Was heißt ein Magazin? Eine Salbe haut schon ganz schön rein. Sie muss nie nachladen, das ist das Wunderbare daran. Obwohl ist auch ein bisschen unfair. So, hier müssen ganz viele... Ja. Komm her, du. Und ein Sprühregen. Ein Regelrechter. Und sie haut direkt da hinten alles platt. Und da kommt direkt ein neuer. So, das automatische Ziel sieht echt strange an. Das ist kurze Aufnahme. Und ich werde heute andauernd beim Aufnehmen gestört. Ich hasse es. Ich kann's wirklich nicht leid, wenn man mich beim Aufnehmen stirbt. So, erstmal eine Granate für euch, Spinner. Ihr gebt mir jetzt echt auf den Senkel. So, ein bisschen Abstand. Du bist eh langsam. Und hau ab, du kleine Schleimscheißer. Du kleine Schleimscheißer. Ja, tolles Deutsch. So, erstmal alles klauen hier. Ich weiß, dass alles tot. Boah, ihr geht mir echt auf den Senkel. Und du auch. So. Ein paar Seelen wiederbekommen. Ja, und wir gucken. Fahrt zur Hölle. So, du dürftest tot sein. Bist du aber nicht. So, schön in den Rücken. Das war's. Boah, fahrt dort zur Hölle. Ja, und sie schießt wieder wie so ein dämlicher Hund um sich. So, die haben wir auch. Wieder zwei Seelen. Was ist hier? Ach, ja. Und. Uuuuh. Ja, springt in euren Tod. So, ich krieg euch da so oder so. Von daher. Äh, schnell Granate. Und weiter, wollte ich gerade sagen. Okay, wir sterben nicht von unserer eigenen Granate. Sehr logisch. Aber ich lass diese Logik stellen. Das passt überhaupt nicht da rein. Das sieht so stumpf aus. Ach, hier sind gar keine mehr. So, ich speichere mal ganz mutig nicht. Und gucke mich erstmal hier um. Das sieht alles aus, als ob man es einsammeln kann. Deswegen. Ne, aber. Knaller. Okay. Fang. Uuuuh. Er wollte mich packen.